Ja, mein Name ist Petra Diederich Kammel, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Bonn und es ist hier auf der Prima meine 24. AIDA-Reise. Ja, mein Name ist Lukas Böttche, ich bin 22 Jahre alt und komme aus dem schönen Brandenburg an der Havel und das ist zurzeit meine sechste Reise. Mein Name ist Barbara Holzner, ich bin 37 Jahre alt, komme aus dem Saarland, aus Homburg. Aktuell ist das hier meine elfte Reise. Wir sind ja die AIDA-Club-Botschafter und wir stehen im Prinzip für die vielen, vielen Mitglieder im AIDA-Club. Jeder hat seine eigene Facebook-Seite, also es lohnt sich vorbeizugucken, da stellen wir regelmäßig was ein. Für mich heißt ein schöner Urlaub hauptsächlich Sonne, gerne in Verbindung mit dem Meer, was ja bei AIDA häufig gegeben ist. Für mich ist so die Mischung aus Entspannung und dann aber auch was erleben. AIDA ist für mich eigentlich der perfekte Urlaub, weil eben diese Mischung gegeben ist, die ich so sehr liebe im Urlaub. Jeder kann auf dem Schiff machen, was er gerade möchte. Man kann sich abends dann einfach wieder treffen und das finde ich einfach ganz schön. Also für mich ist Urlaub auf der AIDA immer so anders als anderer Urlaub, weil man die Zimmer mit dabei hat, man erlebt das Meer jeden Tag neu und ja, man ist auch jeden Tag vor Ort in einer tollen Stadt, auf einer tollen Insel und das fasziniert mich an diesen Reisen. Ja, für mich ist auch, also AIDA bietet genau diese Mischung aus Action, Abenteuer, aber auch Entspannung und dazu noch, dass man jeden, fast jeden Morgen in einem neuen Hafen aufwacht und somit halt neue Eindrücke gewinnt, neue Städte kennenlernt und man immer wieder nach Hause kommt abends und man betritt das Schiff und man weiß, man ist zu Hause. Da gibt es einige, die man natürlich nennen kann, aber bei mir persönlich ist es das Brauhaus. Ich mag einfach die Stimmung da, es gibt ein bisschen deftigeres Essen. Perfekt. Ich bin ein ganz großer Fan vom East Restaurant, weil ich einfach so diese asiatische Richtung sehr, sehr gerne esse und da hat man einfach eine super Auswahl. Aber auf den anderen Schiffen ist das Rossini mein Favorit und ich bin mir sicher, auch die Prima wird es schaffen, mich dafür weiter zu begeistern. 24 Reisen, da waren schon einige Traumziele dabei und ich habe jedes Mal gedacht, das ist das i-Tüpfelchen, aber für September, meine ich, habe ich wieder ein neues i-Tüpfelchen gefunden. Da geht es nämlich nach New York und von New York aus in die Bahamas, wo ich sage, ich glaube, diese Reise ist so Top One. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also das ist eines der Traumziele noch gewesen und gleich, was ich danach anschließe, ist für mich die Transatlantik-Reise von Hamburg oder Warnemünde aus über Grönland und dann nach New York. Ja, bei der Transreise mit Grönland kann ich mich auch anschließen und Südostasien möchte ich auch gerne mal noch. Auch da gibt es wieder einige Geheimtipps, die man geben kann. Ich würde einfach sagen, definitiv eine Beach-Party im Beach-Club mitmachen und am besten keine Auslasten, an denen die stattfinden und sich durch den Racer im Four Elements jagen. Vielleicht sieht man es noch an meinen Wangen, die sind noch etwas rot, denn ich komme gerade aus dem Spa-Bereich. Ich war heute das erste Mal wirklich in dieser tollen Sauna-Welt, ich weiß nicht, ob ihr schon drinne wart. Tolle Geschichte. Kann man nicht mit den anderen Schiffen vergleichen. Für mich als Action-Urlauber ist natürlich das Four Elements ein riesen Highlight. Gerade auch der Kletterpark, den wir direkt ausprobiert haben. Wir hatten da unheimlich viel Spaß. Und der Racer, die Wasserrutsche, kann ich nur jedem empfehlen. Und das Schöne ist, man kann gegeneinander antreten und dann sieht man unten seine Zeit. Also da werden wahrscheinlich die ein oder anderen heftigen Wettkämpfe noch ausgetragen. Ja. 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 Ja.